Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Batman. In der letzten Folge haben wir Selina ein bisschen näher kennengelernt und nun wollen wir uns mal ihre Wohnung anschauen. Für die hat man nämlich das letzte Mal kein Auge. Das war ein Exhibit am Gotham Museum von Kunst. Ich habe die Geld für sie gegründet. Lucius hat sogar neue Sicherheit für das Museum gegründet. Wie hat sie in den Ort? Sie kann auf jeden Fall essen und sie wählt immer noch ein guter Ort. Und dann anfaucht und kratzt und beißt, der reinkommt. Die schläft gerade munter neben mir. Nein, zurücklegen, Alter. Wir klauen hier doch nichts. Ich dachte, wir können sie aber angucken, wenn wir sie anschauen, also wenn wir sie hochnehmen. Ihr Katt isst wie eine Runde, während sie Schunk isst. Scarlet Pimpernel, nichts zu tun, nichts zu tun. Und Petrarca. Hm, ich habe sie nicht für eine Romantik genommen. Was ist dieser? Oh, die Gita Govinda. Das ist... akademisch. So eine Lichterkette. Okay, ich gucke noch nicht in den Kühlschrank, weil ich den Rest noch checken will oder enterhaken. Da bist du. Ich hoffe, sie hat nichts verbraten. Wir nehmen den, glaube ich. Obwohl, war das eine gute Idee? Mit dem hat sie bestimmt, oder ist sie bestimmt irgendwie an irgendwelche Sachen rangekommen, an die sie jetzt nicht mehr rankommt. Ah, sie hat ihre Peitsche. Hat hier sogar so ein Fabergé-Ei rumstehen? Wahrscheinlich schon, ne? Da reingehen kann ich nicht zu ihr, okay. Dann, gucken wir mal, was es zu Spachteln gibt. Hm, vacation spots are just marks on our burglary checklist. Äh. Ist das ne Tüte Donuts? Und was ist das? Frischkäse? Ach, Bagels. Okay. At least, sie hat die Essentials. Sieht so gut bei mir. Nichts, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin einfach hier aufgewacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, easy. Don't, don't touch me. I thought I would come here and... So stupid. God, I should have known. I should have known that you would do this to me. None of it was real anyway. God, how could you ever think it was? I should have come. Harvey, I'm sorry. Doch, die waren doch zusammen, oder nicht? Waren die nicht zusammen? He will not be able to protect you. And I don't need him to. Just get out of here, Harvey. What happens when the children of Arkham come for him? You think you won't get caught in the crossfire? You can't stop them. He can't. Are you ready to die on that altar? I may go down for what my father did, but I won't take her down with me. She'll be fine. Ah, funny. Thinking you have a choice. Thinking you can save the people around you. Thinking you could do what Harvey couldn't! I'm sorry. What the hell is going on with you? Up until now, Harvey's been weak. He's been afraid. Oh my God. This, this is the monster. They all know that you are. Embrace it. No, no. Oh God, this is what you wanted to see, isn't it? Huh? The freak! Harvey. All right, now you've got two seconds. Or what? Harvey won't be pushed around anymore. No, he's gonna make the pay. Everyone who thought they could hurt him and get away with it. Starting with you. Both of you! You're gonna pick that up. How am I? Yes, you are. This isn't you. Just calm down! Shut up! Jesus, Harvey! Of course. Gotta be fair about this. Can't play favorites. They both deserve it. One way or another. How about we flip for it? This isn't funny. No, no, it really isn't. Bruce looks like you're first. Ich will dem Dach jetzt nicht. Au. Selina. No! I don't want to hurt you. This isn't... They turned their backs on you! Harvey, put the knife down! Selina! He's gonna hurt someone. You know we can take him out. Have you lost your mind? No. Harvey! You need to calm down. What are you doing? No going back now. No. Come on, Harvey. That's enough. Oh, God. Please. I don't want to be alone, Bruce. Please, not with him. But I can't... Oh, God. I can't listen to him. You're not alone. We're right here. Okay? I am. I am. I am. My fault. Harvey, don't. Bruce, I... I don't think we can help him. Not on our own. It's just me. It's just me. It's just me. It's just me. He's my friend, Selina. I'm not going to abandon him. He needs professional help. Help you can't give him. It's okay, Bruce. I'll go. I don't deserve your help. Go off with your tail between your legs. I'm sorry. I'm so sorry. Harvey! So much for this place. I'm not going to stick around and wait for him to come back. I thought it would be a while before I had to move again. That's what I get for wishful thinking. You're just going to take off. Where will you go? I don't know. Not a lot of apartments in Gotham with this kind of private access. Ugh. Maybe I'll live on a boat. Kidding. Yeah. That means you too. We won't go far. Don't worry. You should come stay with me. Uh, I don't know. There's plenty of space. Alfred could set up a guest room for you. I'll think about it. Great. What was that about? I'm supposed to announce my resignation at a press event today. Somehow try to appear happy that Oswald Cobblepot is taking my job. Sounds like an opportunity. How do you mean? They screwed you out of your own company. You have all this information that could bring them down, and they're handing you a live mic. So use it. Don't be their puppet. No. I need to keep my composure. Bide my time. I start spilling secrets. I'll just look desperate. I guess you're the businessman. You better get going. I've got some packing to do. The offer still stands. Sounding better and better by the minute. I'm sorry about all this, Bruce. We've prepared a brief damage control statement to make this easier. After I introduce you, all you'll have to do is read what's on the teleprompter. And then I can take it from there. Got my little coronation speech just waiting. Thank you for being so cooperative about all this, Bruce. It really is for the best. For everyone, really. I know it's unfair to ask this of you, but please. Right now, your reputation, your entire legacy, depends on your cooperation. Get through today, and I can help you. I can convince the board to bring you back. It might not be CEO, but it will be something. A step to regaining what you're being forced to give up. This is what is best for Gotham. Hopefully, you find your voice at the podium. Already, then? We are going to make quite a splash today, aren't we? I don't think I'm ever going to forget this day. Beautiful weather, corporate intrigue, a well-deserved comeuppance. A noble hero, riding in to save the day. This really does have all the elements. It's time. Bruce, I'm going to introduce you, and then you're on. Please, stick to the teleprompter. Good morning, everyone, and thank you for being here. Wayne Enterprises has always taken its role in the community very seriously. Isn't it funny? How everything I said to you in the park has come true. Me, taking everything that's yours. And that's not even a punchline. Oh, dear. Not even close. No-one's going to follow you around and take pictures now. It'd almost be sad if you were so bloody handsome. Oh, that's it. Just reflect on all that for a bit. This is just a first step towards making things right. Soon enough, it'll be Cobblepot Industries, Cobblepot Medical, and Cobblepot Tech on tops of buildings, and you, Wayne, will be what you should have been all along. A forgotten footnote. Cobblepot will come to mean the future of Gotham, and Wayne will be a story no one wants to hear. You finally out of witty retorts, Bruce, as the golden boy finally lost his shine. Oh, I forgot to mention, I did some digging, and you know how old Hill admitted he had your mom and dad killed? I found out why he did it. Oh, yeah. And I'll tell you the story, but only if you say, pretty please. It's quite the page, Turner. I'm sure you're just dying to hear it. Aren't you, Bruce? I don't need to know why. Hill had them killed. That's all that matters. Well, I certainly didn't expect that. Bardsuit yourself. Now you'll never know what part your mom played in it. And now, Bruce Wayne would like to say a few words. Remember, enjoy yourself, Bruce. After all, you never know how much time you really have left. Ladies and gentlemen, in light of recent allegations against my family, I have decided to voluntarily step down as CEO of Wayne Enterprises. Er schüttert, als ich von der Korruption meines Vaters erfahren habe. I know what my father did. I know how much he hurt you. But I am nothing like him. His actions are his own. Stop trying to save face. Ich habe vollstes Vertrauen in den Vorstand, der darauf hinarbeitet, die Fehler der Vergangenheit. Ähm, PR-Gag. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Deshalb freue ich mich, ihn hiermit Koppelport vorzustellen. Er ist ein internationaler Unternehmer. Blablabla. Was war das denn Betrüger? Ich sage gar nichts. Ja, ich habe meine Brille nicht mit. Ich habe sie getetetet. Ich habe es gerne gefühlt. Ich habe es mir selbst gefühlt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das, was ich richtig verletzt. Ja, well, jemand hat es. Ich habe es nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass es dich so ist. Dropped du Pen. Das ist nicht... ...eine Worte. Ich sollte wissen... ...eine Worte. Ich bin sicher, dass Sie Sie remember... ...de die Worte von Korn. Das ist die Worte. Nichts. Du bist mit den Kindern von Arkham. Nein. Ich bin die Kinder von Arkham. Ich glaube, es ist Chimini in meine Worte. Ich bin die Worte. Ich bin die Worte. Ich bin die Worte von Arkham. Und du kennst schon den Penguin? Schau dir ihn da. Er macht alles, was solltet ihr sein. Möchtet dich. Das schmuck, unverteidig. Er denkt, er kann weg mit dem. Weil sie niemand von ihnen wissen, wer er wirklich ist. Sie würden dir nicht glauben, wenn du sie sagst. Und wenn wir nur noch ein Applaus für unseren Freund. Der Mann der Zeit. Bruce Wayne. Der Mann der Korn. Someone's a little touchy, it seems. Es wäre so easy, wenn ihn zu retten. Wer wird das? Wer wird der Mann. Wer wird der Mann. Der Mann. Der Mann. der Mann. Wer wird ause. Anna. Wer wird der Mann. Der Mann. wieder herzustellen und all sowas, aber dass sie so deep drin ist, hätte ich gar nicht gedacht. Das hat mich gerade echt überrascht und ich habe auf dem Podium am Anfang schon vorgelesen, damit das, also weil der erste Satz halt, der war zwar auch gelogen, aber ich wollte bei der Regina schon ein bisschen bleiben, dann wollte ich, dass wir nicht unser Gesicht verlieren als Wayne-Mitglied. Ich wollte aber am Ende auch nicht, gleichzeitig werden ja die Option Cobblepot zu verraten und was war das andere? ihn zu beschuldigen, dass er zu den Kindern gehört und das war das erste. Ach, das war einfach nur Vorlesen und alle drei Optionen haben mir nicht gefallen, deswegen habe ich geschwiegen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir trotzdem noch Reginas Vertrauen bekommen, weil ich am Anfang vorgelesen habe und der Rest nicht gegen Cobblepot ging, aber ich glaube, das habe ich nicht geschafft, wie ich das wollte, sondern es war negativ ihr gegenüber. Hast du Montoya dem Dent geholfen? Viele haben Montoya geholfen. Haben wir Oswald geschlagen? Haben auch viele nicht gemacht? Hast du Lucius gebeten? Bei Wayne Enterprise haben genauso viele, wie wir, an unseren Schienen. Und es hatten auch sehr viele eine Romanze mit Selina. Ich habe so ein bisschen so ein gut schlechtes Gefühl bei ihr. Ich habe das Gefühl, dass Bruce sehr zum Schoßhündchen mutiert, sobald sie da ist und ihr so hechelnd hinterherläuft und sie blockt immer so wieder ab und holt dann doch wieder ran, wenn sie merkt, dass er weiter weg ist. Und wenn er dann wieder dran ist, blockt sie wieder ab und sowas hinterher. Ich meine, wir hatten ja jetzt was miteinander. Ich weiß nicht, ob das irgendwas von unserer Beziehung zueinander ändert. Ich finde sie halt ein bisschen schwierig, aber ich glaube grundsätzlich, dass sie vertrauenswürdig ist. Havi verprügelt oder ihm verschont? Das war ja klar. Ich meine, wir wissen ja, dass er nicht bei Sinnen war und außerdem ist er unser Freund. Oh! Mich hätte bei den Teleprompter-Dingern noch interessiert, wie die anderen reagiert haben. Aber schauen wir uns erst mal an, was in der nächsten Episode auf uns wartet. Ich mag die Spielemusik. After his shocking and atrocious display of violence towards Oswald Cobblepot and members of the press, Bruce Wayne has demonstrated a clear lack of mental stability. That is why, regrettably, I made the decision to have my old friend hospitalized in Arkham Asylum. Batman, the children of Arkham, the Penguin. Doesn't Gotham already have enough deranged criminals terrorizing its streets? I believe that Gotham's citizens deserve to be safe. That they deserve to be protected. Even if that means, I have to do it myself. With the children of Arkham out in full force, we need him now more than ever. Where is Batman? Okay, Arkham Asylum. Ich muss sagen, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsparts. Es gab ja auch mal einen anderen Batman. Also nicht einen anderen Batman, sondern ein Batman-Spiel von... Boah, wir hätten das rausgebracht. Weiß ich gerade gar nicht. Wo ein ganzer eigener Teil über das Arkham Asylum geht und wo man zum Beispiel in so einem Rondell gegen Scarecrow kämpft, der einen immer wieder versucht zu droginen, zu drogisieren. Und man muss sich immer hinter Sachen verstecken und so. Das habe ich vor Ewigkeiten. Ich glaube, bei Valle, also bei Sarraza, auf dem Channel gesehen. Oder bei Gronkh. Gronkh könnte es auch gewesen sein. Ich weiß nicht mehr so genau. Deshalb fand ich das Asylum irgendwie immer am spannendsten, auch wenn Irrenanstalts-Einrichtungen für mich persönlich trotzdem immer sehr gruselig sind. Liebe Leute, wir sind schon bei fast 23 Minuten. Deshalb würde ich sagen, starten wir in der nächsten Episode oder in der nächsten Folge die neue Episode ganz frisch neu und mal sehen, wie wir uns im Asylum umschauen, ob wir da ein paar Shoken kennenlernen oder was da mit uns passieren wird. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.